Hallihallo, herzlich willkommen zurück auf YouTube, liebe YouTubes, bei DesperaDosDres, Folge 17. Wir holen jetzt eine Fackel. Wer hat die jetzt? Hat die nur eine andere? Nein, das ist aber hier. Wirklich? Ah ja, ich glaub schon. Sollen wir ihn mal abfackeln? Aber der schaut eher noch, gell? Sieht er ihn? Aber irgendwann stehen sie doch beim Namen, oder? Ja, er sieht ihn gar nicht. Aber er sieht ihn. Mist. Und er... ...seht ihn. Mist. Und er... ...seht ihn. Mist. Ja, und auch egal eigentlich, oder? Ich hab auch. Ich hab auch egal. Erinnert mich an den Krieg. Wirklich? Ich hab noch kein Problem. Hey, das hab ich gehört. Was? Gar nicht wahr? Da war gar nix. Hier kommt der Sandmann. Los geht's. Ziemlich um die Edge. Ja, das ist eines genau. Das ist eine der Ölpfützen. Wir müssen sie nur anziehen. Das ist eine der Ölpfützen. F-15. Hm, kombiniert. Naja, aber er sieht ihn. Das ist ja egal. Aber ich will nicht, dass er ihn sieht. Dann müsste ich ihn abknallen. Den müsste ich alle von da hinten abknallen. Das ist halt auch blöd. Was kann ich mit den Pferden machen? Das habe ich noch nicht so richtig herausgefunden. Wenn du den benutzt hast, dann hauen sie halt einmal aus. Ja, die hauen auch aus. Jetzt könnte ich mich da ins Gebüsch schleichen und den da super um die Ecke bringen. Kommst du da rein? Na sicher komme ich da rein. Pass auf, ich zeig dir das. Das Gewitter ist da. Hm. War gut. Ich kann überall rein. Nein, das ist so schlecht. Okay. Okay. So, was auf. F-5. Auf dem Whisky schlägt mein Arm. Ja, das ist ja nicht. Noch mehr F-5. Jawoll. Mehr F-5. Ups. Okay. F-8. F-5. 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 Das ist gut. Genau. Jetzt, nimm. Woll sieht er. F-5. Wir schaut zum Schützen. Unterwegs. Was? Was? Er schaut zum Schützen, das ist politisch und sich wieder gegenseitig an. Das ist... Boof. Aber er ist ja auch kein... Na ja, warte, werde sie mir das machen. Das zeige ich dir. Wir nehmen ihn. Ach so. Ja. Wo ist er? Also das ist da oben. Versteck mich da im Gebüsch. Jetzt pfeife ich. Jetzt machen wir mal Lärm. Und ich möchte wissen, wie der jetzt... Hey. Okay, okay. Versteck dich mal da oben. Und er geht da jetzt wirklich rundherum? Das ist ziemlich nice, weil... Ja, komm. Ich kümmere mich drum. Ich kümmere mich. Ich kümmere mich. Das ist ja lustig. Das ist eigentlich ziemlich nice. Das dürfen halt nur keine Bonschuss haben. Okay. F5? F5. Jetzt kann ich... Lockerlässig eigentlich. Das kostet aber... Erinnert mich an den Krieg. Dachte ich mir schon. Dachte ich mir schon. Waaah. Hm. 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 Okay. F5. Sie umzulegen ginge schnell. So, jetzt schaut er. Da, was bist du? Du werden Doktor alle umbringen. Geht ganz schnell. Weitere mich nicht. Geht ganz schnell. Weitere mich nicht. Nehmen. 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 Nehmen wir das hier ab. Okay. Das sieht man ja nicht aus. Ich finde es da. Gut. Wie zählen die beide? Was? Nice. Nice. So, wer ist der Nächste? Schein. Ja eigentlich. Gell? Was machen wir denn von der Seite? Gutes Wetter für die Jage. Nächstes Mal. Dann können wir wieder mit der Bianca machen, oder? Ja, sein Bonchen, aber einfach, wenn er da steht. Einfach warten. Außen nocken. Außen nocken und da reinen Heuhaufen. Die geht euch wieder pinkeln. Wir haben alle eine Blase. Zu viel Cerveze getrunken. Ja, jetzt geht's doch noch. Die alle schwitzen, ja. Ganz genauer wie hier. Nein. Nein. Was? Nimm ihn doch einfach. Jetzt geht er rein. Geht er rein. Uhuhuhu. Okay. Und duppeln, danke. Ui. Und speichern. So, wenn die da drüben sind, dann können wir ihn gleich machen, oder? Dann seh ich, oder? Kommen die. Sehen die soweit. Jetzt sind die Abenteuerung. Jetzt sind die Abenteuerung. Jetzt sind die Abenteuerung. Ja, genau. Dann haben wir gesagt, der sieht ihn immer. Jetzt sieht er nichts mehr. Also, gleich nichts mehr. Das ist sehr schön. Das gefällt. Oh, jetzt bin ich von hinten aufgeräumt. Bretter jetzt wieder auf. Brav. Ist mir auch egal. Ist mir auch Wurst. Mist. So. Bin's da. Huuuuh. Huuuh. Huuuh. Neunzehn. Das war. Ich muss durch. Ah, Mist. Das ist wegen der blöden Lamm. Oder? Augen auf. Hier kommt der Sandmann. Liebens ruhig. Neunzehn. Das war. Ich muss durch. Moment mal. Hey. Durch, dass ich Streicherzahme habe. Huuuh. Sehr gesiebt. Jaaa. Sehr. Komm zu Hector. Na schau. Easy. So. Speichern. Es wird etwas verraten. Das war mir vorsichtig. Okay. So. Da oben brauchen wir Schrotflinte. Sicher brauchen wir schon. Na sicher brauchen wir ein bisschen Munition. Zum Schießen. Auch. Wie geht's nicht? Also? Wie geht's nicht? Wie geht's? Wie geht's? Das geht doch. Wie geht's? Das wird von uns nicht. Also. Das wird von uns nicht. Wie geht's nicht. Wie geht's nicht? Das macht mir. Nein, nein, er hüpft doch! Ah, der Uwe ist da. So, nehmen. Jetzt kann ich vorher auch schon einmal drücken, bevor er das noch anzeigt. So, danke. Und die wundert sich nicht, dass es immer weniger werden. Ja, auch Wurst. Sollen wir jetzt das mit vorher machen? Sollen wir jetzt das mit vorher machen? Was sind denn jetzt? So, jetzt dürfen wir das so... Okay. Ich kann ja gleich das durch... Gehen. Nein, ich... ach! Ich sage mal... Kein Problem. Kein Problem. Kein Problem. Da ist auch noch einer. Wo ist denn eigentlich der andere? Wollen wir dann? Ah, du bist dein Gebüß. Dann machen wir den auch noch kaputt. Dass es denn ein großes Aufsehen gibt, wenn ich verbrenne. Gehen. 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 Wie? 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 Wenn uns andere Fische ausgerutscht. Wie mir wusst. So. Ausgezeichnet. Und jetzt? Lieber Hector. Feuer und der Magen. Das wäre kackt. Brennt wirklich gut. Mit dem Magen? Aber was? Weiß nicht. Irgendwer kackt. Machen wir. Kommt. Kommt. Stimzlechens. Öliöl. Ja, aber die müssen von der anderen Seite kommen. Was? Die 10 sind. Oder kann er so etwas schmeißen? Kann ich schmeißen? Kann ich schmeißen. Kann ich schmeißen. Kann ich schmeißen? Wenn ich so slow war und mich versteckt habe wieder. Aber jetzt. Aber jetzt! Jetzt ist Zeit. Also kann er wieder nicht. Ach. Geht klar, Amigo. Und? Hehehe. So. Das waren die. Das war der dritte Longcoat, oder? Ausgezeichnet. Schaut, dass man die nicht looten kann. So ein Manko. F5. Jetzt. Die Leichen werden noch relativ schlecht herausgekommen. Ja. Deswegen ist das so ein rotes... Aber jetzt ist sie einfach. Jetzt haben wir eigentlich... Machen wir alle. Machen wir jetzt. Den da oben... Ah, was will man denn machen? Mit Feuer? Mit Feuer! Ja. 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 Können wir vielleicht das Klo anzünden. Aber der ist gar kein Klo. Ja. Die sehen ich sowieso. Du weißt ja gar nicht. Ja. 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 Jetzt kommt Fianca. Fianca. Auch nicht da. Ach so, die händeln schon. Wenn ich piekse. Hoppala. Wollt ihr so etwas machen, oder? Schau, und jetzt ist die Frage, ob er einen auslöst. Das sehen wir jetzt. Also, was wir mit dem machen können. Das ist halt die Frage, wo du rauskommst, sonst könnte man da ins Klo messen. Was für Äpfel mit Schnelldruck? Dann können wir uns einfach rauskuchen. Habt ihr zu viel? Doch. Angenehmer. Ja, stimmt, der beruhigt sich wieder, oder? Ja. Ja. Oder? Ja. Ein bisschen weniger. Und dann? Würde ich sagen... Und zwar haben wir nicht so eine Schlinke. Nein, vielleicht brauchen wir es noch. Nein. Wirklich? Schießen? Ja, sicher. Aber wir haben nur drei Schuss. Vielleicht da sind so viele, vielleicht brauchen wir die da noch, weißt du? Ja. Geh, machen wir es lieber, die gute Alte. Guck mal. Wo bist du eigentlich? Ah, da sind ja auch noch welche. Das wäre ja auch dumm, dass man das nur einmal hat, dieses Gifte, dieses Gas. Gas am Anderen kann man das einmal einsetzen. Ja, das war zum Introducen sozusagen. Und dann kann man sicher finden, wenn andere müssen auch nicht. Ja, das geht ganz schnell. Ich finde aus wie die Munition halt. Und... hoch 21. Der ist trotzdem nicht möglich, oder? Der Longcode ist ziemlich easy, aber sag mal... Naja, kannst du ihn bitte da runterlegen. Ähm, magst du ihn anzünden, oder magst du ihn? Auf den Whisky steht mein Name. Lass mal den Dock auch einen anzünden. Ja. Das kostet... Ich werde den Hund hält beim Rennen. Voll. Weil das doch regnet ist. Ja, eh. Das sollte als Vögel reichen. Gut. In Ordnung. Kannst du es meißen? Geh du da jetzt hin, oder wirf das sobald er dort ist? Ah, es geht's rein. Speichern. So. Ja, aber die anderen machen wir jetzt auch noch. Wo sind die anderen? Ah, ich denke das war's. Suchen wir uns die Stände. Ach so, nein, 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 nein. Da wollen wir nicht hin. So, aber die anderen noch... Ah, da oben am Dach treffen. Weißt du? Aber jetzt machen wir die anderen auch noch schnell, weil die sind ja ja auch schon halt total... Der ist noch. So, und auf der anderen Seite noch die eine. Die gehen eh so auch. Das war mir nur so. Ähm, F5. Das dauert ein bisschen. Das ist ungefähr gleich weit. Naja, der geht halt. Und weiß nicht wann der sich umdreht. Niemand. Hm. Jetzt wird's heiß. Wir haben ja keine Ahnung. Kann der den auch ausknocken eigentlich? Auch Kloncodes können ausknockt werden. Ja, dir schon mal wer mit dem Hammer die Augen auf. Dein gewiss verstanden. Zappeln. Oh, oh. Wie macht ihr hier? Boom. Alles klar. Ach so, Moment. Oh, weißt du. Legen wir los. Ihr lang amigo. Ich hab da so ein Gefühl gemacht. Und ins Klo. Das wird aber dann sogar ganz unvoll. Geht noch einer? Ja, einer ist nach unten. Das ist der erste eigentlich. Ah, okay. Aber jetzt können wir da wunderbar schon rein. Lass doch. Jetzt können wir da von... von hinten... Oh ja. Jetzt können wir den noch ausknocken. Und dann können wir da rundherum. Und dann können wir da mit dem Feuer... können wir einfach da... da hinten und da reinschmeißen. Das ist die Frage, wer weit die sehen. Ach so, die sehen. Na ja, da gehen wir da rundherum. Ne, easy. Aber da sind's auch, wenn wir das Feuer tragen, ey. Da müssen wir irgendwie... Aber... Ach so! Ne, wir nehmen einfach das Feuer, gehen da, durch, fertig. Aber wir können die vielleicht noch dezimieren, oder? Den können wir ausschalten. Ja, pass auf, das machen wir noch schnell. Wenn wir schon da sind. Nein! Ich bin hier am Klo-Kotzer. Da ist mein Daher. Ach so, da ist das Feuer. Nein! So, hier fünfte ich hätte gedacht. Gut. So. Ja, schau, du wappt. Und? Nein, wir machen die kleiner als aus dem Haus. Ja! ... Ah, ich habe keinen Zehn! Wir haben das Feuer geschieht. Nächstes Mal Krieg richtig. So. Glaub, das sieht eh nix. Wir sind auf frei um Himmels Willen! Können wir einmal. Nein, wir können den inzwischen... Und egal, ich schieb. Bitte eine Fackel, ne? Bremt wirklich gut. Kein Problem. Das wäre innen, ok. Jetzt an die Arbeit, wir haben nicht die ganze Nachtzeit. So. Dann F5. Dann der Doc macht immer den. Das nächste beste Gefühl, nehmen wir das. Dann! Haben Sie nur Stundenhandel? Das macht nichts, weil wir haben ja alles zu tun. Wenn du damit fährst, dann setzt du den Stall hin. Hallo Samir! Wo ist Frank? Ich dachte, wir müssen die alle! Was ist denn zum 48. Mal der sagt, wo wir den Stall hin setzen? Wir haben nicht die ganze Nachtzeit. Wir haben doch nicht die ganze Nachtzeit, das ist richtig. Was ist denn da? Der F5. Auge auf! Auf! Der. 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 Das schmeißen wir einfach rein da. Und fertig. Wir haben doch nicht die ganze Nacht. Oh, da kommt er. Er sieht mich, gell? Ach. Ah, wir holen es auch. Jetzt sehe ich ihn nicht. Was sind diese Alarmbereiche? Das ist blau. Ah, er ist auch noch. Jetzt kommt er gar nicht. Der bleibt, der redt gar nicht mit ihnen. Ach. So, einfach. Der wird schnell ins Gebüsch. Das geht jetzt. So, komm. Rennst rein ins Feuer. Rennst rein ins Feuer. Schade. Ja, genau. Wir müssen sie finden. Irgendwas, Teufel? Oh, die haben dich aber gut gefesselt. So gefesselt! Ach so, wir lassen ihn jetzt wieder frei. Na gut, so geht es nicht, der Feierfell. Ja, aber es ist ja nicht so schwierig. Wir machen einfach zuerst. Noch werde ich mir keine sagen. Den mal kaputt. Oder ihn. Da muss er so reinschlechen. Oder den nochmal. Aber jetzt habe ich. So. Der Feierf. Ist ein Poncher? Da ist ein Poncher. Da ist ein Poncher. Jetzt möchte ich ihn hier raus locken. Hey, stapel das Stroh hier auf. Wenn du damit kannst, wirst du den Stahl entbrannt. Hey, voll streng! Ich glaube, das ist ein bisschen schwer vom Begriff. Was? Ein Stahl? Ja. Nein, ich weiß es nicht. Den Stahl. Den Stahl. Das haben wir doch vorher gesehen. Ich habe irgendwie merkt, dass das so knapp ist. Nein! Was sind da die Laternen? Was hat er da in der Hand? Nein, das ist schwierig. Nein! Aber das ist keine Zeit. Wo geht der denn eigentlich hin? Also ich könnte nicht hoffen bleiben, wenn der... Wo geht der in die Nähe? Warum? Achso, warum? Wegen seiner Laternen? Das muss ich rausgehen heute. Und wenn nicht, dann mache ich doch hin zuerst. Wo geben wir hin? Nein! Nein! Das war rein! Weil dann war's halt noch mal auf dem Boden, so weit sind der ihn nicht. Nein, wir wollen das alles. Warum, wenn es schon da ist? Was, wie, wo? Was, wie, wo? Was, wie, wo? Nein, ich bin eh geduckt. Nein, ich bin eh geduckt. Nur durch die Laternen, ich bin trotzdem noch, wenn ich geduckt bin. Was, wie, wo? 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 Hey, stapel das Stroh hier auf. Wenn du damit fertig bist, setzt du den Stahl in Brand? Den Stahl in Brand? Ich dachte, er ist hier, der Post rückt sich wir alle. Klappe! Er ist nach New Orleans aufgebrochen. Und jetzt an die Arbeit. Wir haben nicht die ganze Nacht Zeit. Oh, schnell. Mein Gewissen. Mein Kein. Oh, praktisch ist er gestern. Ja. Ich glaub's wundert er sich jetzt, dass niemand den Stall in Brand setzt. Jetzt hätt er das jemals gemacht. Von drinnen. So, gut. Dann wieder raus. Kann man da vorbeigehen? Hat er jetzt noch ein bisschen alarmiert, gell? Jetzt wieder abdrehen. Oh je. Oh nein, da war nix. Nein, da geht er nur den Stall in Brand fest. Also, irgendwo anders. Ich soll ihn mal anklicken, wo er hinschaut. Jetzt sieht man, ob er sich wieder bewegt. Wo er sich abregt. Oh, wo ist der grüne Balken? Wo ist der grüne Balken? Ah, da ist der grüne Balken. Ah, da ist der grüne Balken. Ja. Also, der 5. Dann sollen wir da ganz toll kühn hinten vorbeischleichen. Weißt du, was ich gleich mache bei dir gelegen habe. Danke. Na ja, vielleicht. Das war jetzt aber auch ums berühmte. Wer weiß schon. So, das war der jetzt. Und jetzt? F5. Wo ist die Facke? Die Ankerknoter mag. Warte. Warte. Machen wir so. Ah, der hat sich noch in der Haar. Sieh, er brennt eh nicht ab. Nicht ins Gebüsch, wenn ich saß. Ja, warte! Jetzt hast du es mir in die Quattung. Ah, weil er geduckt war. Ach. Weil normalerweise bevor er so durch... Also, es standen im Gebüsch, aber nichts. Alles klar. Ja, dann hol halt noch schnell eine... Es ist ja nichts, als hätten wir... War doch nicht ins Nähe eigentlich. Das ist... Ja, aber dort sind... Nein, ist das näher gleich. Hm, brennt wirklich gut. Kein Moment. Schneller! 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 Ach! Schneller! Schneller! Ach! Geh, wir müssen noch eine Runde warten. Warte! Was ist da? Ich glaube, das geht schon. Das wäre cool, wenn du das anziehen würdest. Ja, das geht schon los. Hätten wir eine Runde gewartet, wären wir wahrscheinlich schon dreimal fertig. Na also! Na also! Na also! Oh, das ist ja eh die Folge, du weißt schon. Ah, ja. Deswegen haben wir immer gedacht, ich mach's noch schnell. Deswegen haben wir jetzt keine Runde gewartet, richtig. Ja, weil sonst wäre es nicht immer ausgegangen. Ja. 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 Das ist ja alles kaputt. Alles kaputt. Oh, das geht's ja nicht. Na ja. Dann haben wir so weit alles erledigt, glaube ich. Egal darf's sein. Ich habe 7.5. Loser Fels! Wie? Was beschädigt das Rohr? Ach so, das haben wir eh. Das haben wir doch alles. Okay! Okay, gut! Dann ist euch deinem Zuschauer und in der nächsten Folge gibt's den Showdown! Deswegen hoffe ich, ihr schreibt uns wieder ein. Bis zum nächsten Mal! Tschüss!